Hallo und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von One of the Battle Cry Nummer 2. In der letzten Folge haben wir, ähm, was haben wir da gemacht? Ich glaube, sind wir mit den Untoten für diesen Mana-Maximal-Bonus, äh, genau mit kaum Widerstand. Das war die kurze Folge, genau, äh, haben wir genau gemacht. Und jetzt sind wir in Katz-Duel und holen uns irgendeinen Bonus ab, den ich leider wieder vergessen habe, aber... ...bestimmt ist er unglaublich praktisch, deswegen... ...ja, aber ich weiß nicht, dass wir auf, äh, entschlossener Widerstand haben, deswegen... ...mach ich mal am Anfang vielleicht nur auf schnell. Oder? Musik noch? Naja, ist mir sehr schnell gekommen, passt schon. Wunderbar, dann schicken wir die beiden da vorne und den auf magische Verteidigung. Ich weiß schon, dass die Musik wieder eingassen, passt. Kannst was bauen, nein, kannst du nicht, aber du kannst was beschwören. Das wird jetzt extrem wichtig. Dann geht's ins Steigerurlaubs. Gut, und ihr natürlich auch vorne. Fertig, es ist jede verdammte Münze wert. Neue Armeen verfügbar. Das ist gut, dann machen wir gleich mal die neuen Gebäude hier. Und Türme können wir auch bauen. Jetzt glaube ich nicht verkehrt. Vielleicht mal von da hinten, dass ich meine Dinger schütze, meine Minen. Falls die Fuggenheiten kommen. Das ist mir egal, es geht nicht um die Kosten. Es geht um den Nutzen. Und ihr geht mal da hin und ihr macht mal... Achso, Schmiede kann man gar nicht machen, aber... Aha, gut. So, dann gucken wir mal. Es ist jede verdammte Münze wert. Ja, dann machst du schon mal hier Läufer zum Beispiel. Oder ne, hier die. Es ist jede verdammte Münze wert. Beziehungsweise beides. Jo. Dann, du gehst mir vielleicht mal, naja, auch in die Goldmine. Aha. Fertig. Es ist jede verdammte Münze wert. Du weinst. Sehr schön. Erweiterung fertig gesetzt. Sehr schön. Es ist nichts Arbeit zu machen. Alles gut, alles gut. Dann, Tür. Es ist schließlich dein Gold. Ja, Mike, kann man jetzt machen. Äh. Okay, die ersten Angriffe schon. Hät ihr die mit da? Sollte machbar sein, gut. Sogar Steinbonus bekommen. Äh. Handelsposten dauert noch. Auf meinem Platz und bereit loszulegen. Ihr bitte. Hier die ganze Zeit. Fertig. Es ist jede verdammte Münze wert. Hier. Und. Ah, ich kann jetzt den Dings bauen, den Handelsposten. Gut. Wunderbar. Gut. Schaut doch einigermaßen in Ordnung aus. Aha, irgendetwas vergessen? Nein. Es ist jede verdammte Münze wert. Ich kann jetzt beide da reintun. Ah, es ist schon voll dann, die Eisenlinie, weil der Whisp kann ja noch bauen. Zumindest Stein ist auch nicht schlecht. Aber Stein kriege ich hier. Okay. Kann man der Whisp bauen? Auf meinem Platz und bereit loszulegen. Und du bitte deinen Schambonus. Der ist ganz wichtig. Nämlich hier. Wegen den Handel. Gut. So. Können wir das machen? Nein. Warten wir mal kurz. Dann warten wir mal kurz. Dann machen wir noch. Schade. Hauptsache Golems. So. Kurz überlegen. Aha. Gut, gut, gut. Ich gehe mal nur auf der Sensive jetzt. Entschlossene Wettestunde ist mir entschlossen zu riskant, um da auszustürmen. Sondern ich warte, bis ich einen Titanen habe. Geschwindigkeit, ja, von mir aus. Wahrscheinlich abgelassen. Das wird der sein, genau. Gut. Schambonus hast du, ja. Sehr schön. Gut, gut, gut. Dann kommen wir schon bald hier. Rüstungsklasse. Gut. Schmied, zu deinen Diensten. Ja, und dann erkunde ich doch mal. Und zwar nur mit meinem Helden. Woher gibt es den schönen Bonus. Glück als Umwandel, ja. Dann geht mal nur einer von den Browser-Brillers. Der hat auch eine ganz passable Sichtweite. Ja, schon abgeschlossen. Mal Goblin's kaputt kriegen. Ja, 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 ja. Gut. Dann schau es mal auf, wenn du Goldmied überwischt. Ah, schon zehn, ja, gut. Rüstung abgeschlossen. Ah, ja. Das gibt Erfahrungspunkte. Ich gehe. Ich behausche. Aha, aha, aha. Gut, geht gut. Dann geht's mal wieder zurück. Ich behausche. Und wir nehmen die nächsten. Weil es hoffen, werden angegriffen. Eine Truppen, wo? Wo denn? Ach, keine Ahnung. Aha, das kostet noch ein bisschen was. Aber ich kann hier schon mal Handel entwickeln. Handel entwickeln, ja. Äh, nee, Einkommen. Einkommen. Und hier. So. Hä? Wo gehört den an? Keine Ahnung. In dem Fall gehe ich jetzt mal mit dem nächsten Browser-Kurl. Vielleicht sogar mit beiden. Gehe ich mal wieder weg. Ah, ja. Ist er Assessine? Ja. Das heißt, hält weg. Ruchschung abgeschlossen. Ich gehe. Aha, und hier. Weg, 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 weg. Los, weg. Da rein. Beziehungsweise. Gut. Bin auf dem Weg. So, aha, alles gut. Dann habe ich hier entwickelt, aber hier kann man auch, nein, irgendwann aufsteigen. Gut, jetzt aufsteigen. Eure Truppen werden angegriffen. Ja, ihr merkt, ich bin ganz gut, äh, taktisch bei der Sache und kann nicht viel kommentieren, aber der Anfang ist immer das Schwierigste, beziehungsweise jetzt ist eigentlich alles schwierig. So. Natürlich auch hier Dunkelzwerge, ja. Zwerge und Dunkelzwerge, das passt jetzt schon einigermaßen. So, dann nehmen wir die Armee. Glück und Heldentum entgegen. Glück und Heldentum und Heldentum entgegen. Glück und Heldentum und Heldentum entgegen. Das ist doch schön. So, das wird ja nichts gewesen sein. Und ihr geht bitte da hoch. Und, wo ist der Whist? Wacht, den habe ich gar nicht mehr. Aber du brauchst mir. Du brauchst mir jetzt mal eine Brauerei und danach einen Horst und dann noch ein paar von diesen Mörsern. Eure Truppen werden angegriffen. Ja, das ist normal. Ich bin bereit, loszulegen. Bin auf dem Weg. Sehr schön. Ja, das macht nicht so viel. Besser als zu wenig. Oh, und dem Kristallminen, naja. Glück und Heldentum entgegen. So, er ist der Rudelmeister, das heißt kein Assassine. Ja, die haben wir doch auf die anderen drauf. Das hätte ich nicht schaffen, oder? Na wohl. Ist das ein feindlicher? Nein. Das heißt, es hört ganz gut aus. Aha. Gut, gut, gut. Alles so weit in Ordnung. Wunderbar. Wunderbar. Dann habe ich das geschafft. Aha. Habe ich seine Armee schon mal aus der Kraft gesetzt? Ah, ja, sehr gut. Da ist so geil. Ja, ich weiß. Ja, hat den kaputt hier? Okay, von wem? Wird was? So, und den unterwinden, bitte. Aha, aha, aha. Gut. Aha, aha. Ich muss doch magische Beteiligung geben, ist ja schon klar. Aber man kann doch echt nicht kommentieren, tun wir, sorry. Aber ist gerade so spannend. Und hier, die schwarze Armee da oben. Die kriege ich hoffentlich hin. Ein Branche-Bohle. Kriege ich nicht hin, aber ihr müsst es hinkriegen. Beziehungsweise, ich mache nochmal hier die Dinger. Palastwache mit der Brauerei, machen Brat und Zwergengebräu. Und die ganze andere lustigen Sachen. Und ein Haus und natürlich auch noch einen Mörser. Äh, kein Schmied mehr da, schade. So. Aha. Gut. Schaffe ich das da oben? Immer die Minigab im Auge behalten. Und gleichzeitig auch hier oben schon. Sag mal, es ist ja nicht so schwer hier, oder? Ah, anscheinend schon. Und du kannst mal hier schön Rohstoffe aufklauben. Gut. Wunderbar. So eine, zwei Gold. Und, mhm. Gut. Dann hier runter, bitte, die Goldmine. Schöner Tag für ein Quatschiel. Ein feindlicher Held wurde vernichtet. Der auch, nee. Mhm, mhm. Das gibt's ja nicht. So, hier. Gut, gut, gut. Da. Man ist auch gar nicht entspannt hier grad. Schafft ihr das? Scheint nicht so zu sein. Aber ich kann jetzt bestimmt Berserker bauen, ne? Genau. Und dann pimpe ich auch mal hier meine Armbrustschützen ab. Äh, auf. Abpimpen, genau. Downgraden. Ach ja, und hier kann ich bestimmt Adler bauen. Am Horst. Jawohl. Gut. Schafft ihr das denn? Euer Held wird angegriffen. Ja, müsst ihr ja, ne? Eure Truppen werden angegriffen. Der manchmal all kaputtige Wolle hier. Ist ein bisschen ein bisschen sicherer. So. Aha. Warum hat denn der Schwarze noch Widerstand hier? Elanos. Liegt eure Waffe. So. So, vielleicht. Schnell. Vorher kommt's. Dies ist jetzt unser Besitz. Hervorragend. Euer Held wird angegriffen. Die auch noch bitte. Und ihr habt's geschafft, ja. Gut. Das heißt, ich kann Mörser bauen. Wenn ich irgendwo einen Schmied hätte. Das kann ich nicht, weil ich Gold brauch. Interessant. Der Grün hat aufgegeben. Und der Schwarz ist auch ziemlich fährlich. Das heißt, ich hab noch diesen... Äh, was für eine Foul fehlt noch? Wohnmeister. Soll ich hinkriegen. Turin Elanos. Bin auf dem Weg. Aha. Eure Gebäude werden angegriffen. Gut. Ich kann mal handeln hier. Weil ich genug von Kristall hab. Und auch genug von Stein. Also genug Stein und genug Kristall. Ne? Nicht, dass mich jemand hier mal in meiner Aussprache kritisiert. Meine perfekten deutschen Grammatik-Dings da aussprachen. Eure Truppen-Tun haben sollen, ne? Vorwärts! Äh! Wo geht's denn? Eure Gebäude werden angegriffen. Das... Oh, wow, wow. Au, witz weg. Dann lieber mal Rückzug. Mal der... Der ist jetzt einigermaßen finito, ne? Und wandeln... Ah, das ist ein... Das ist ein General. Wandelst du mal bitte um. Brav. So, dann auf Moral gehen. Und... Äh... Eisen umwandeln. Eisen in Gold. Gut. Oh, jetzt kenn ich bestimmt die... Besseren Belagungswaffen. Aber ich kann Mietrin entwickeln. Sehr geil. Halt. Da hab ich ja schon. Aha. Ich brauche... Ich brauche einen Schmied. Oder einen Adler. Der kann auch bauen. Ah, Adler können ja auch bauen. Ist das zu eng hier? Oder hier. Gut. Jetzt kann ich den erweitern hier. Ja, genau. Schaut ganz gut aus. Hm, hm. Mache ich verteidigen natürlich. Nicht vergessen. Und hier hin. So, jetzt kommt der andere Angriff. Das macht mir aber nicht so viel. Ja, ja, ja. Schaut ganz gut aus. Gut. Gut. Das war der Horst. Ja, Wahnsinn. Eure Gebäude werden angegriffen. So, dann an die Gebäude. Ja, macht ja nix. Ein Held. Das macht schon mehr. Von wo denn? Von da. Gute Gespenst auch noch. Gute Gespenst auch noch. So, wie hält das aus? Terwers. Gut. Gut, gut, gut. Puff. Wunderbar. Dann. Mal kurz reparieren. Habe ich noch einen Schmied irgendwo? Schmied. Nee, Adler. Adler genau. Dann bauen wir uns mal noch ein Türmchen. Du machst bitte auf dem Mannerhecht. Ja, mal hier hin. Ja, da kann ich gerade nix machen. Dann, dann, dann. Ja, der Wahnsinn. Halt nicht oben hin. Ja, es ist niemals feierlich hier. So, wir gehen jetzt eine Fernkampfkacke da kaputt machen. Krass. Oh, wir können ruhig mal ein bisschen da Feingame und ich tue mal die Armbrustschützen in den Turm mhm, 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 mhm. Gut, gut, gut. Scheint alles zu klappen. Äh, die da? Wunderbar. Dann kann ich hier Zwergenfürsten bauen. Und bei Gelegenheit auch den Titanen. Ja, ich brauche mehr Mama. Schade. So, Brauerei kannst du Moral bestimmt wieder bauen, ne? Und dann warten wir einfach, bis ich genug Stein hab. Na? Wer will denn da noch mal ein bisschen Ärger haben? Hätte eine krasse Reichweite hier. Eure Truppen werden angegriffen. Hör mal. Sie können keine Wohnen hatten angreifen. Mein Held, naja. Aha, gut. Große Taten erwarten uns. Habe ich jetzt den Schambonus? Jetzt habe ich ihn. Jetzt müsste ich eigentlich ihn herstellen können, ne? Jawohl. Gut, gut. Ich kann keine Depots bauen, ne? Ich kann nur Mörser bauen. Also, nein, schlecht. Okay, dann, äh, hier ein Horst entwickeln. Nitrit hab ich schon gemacht, ja? Dann die anderen beiden Nahkampf, äh, Fernkampfdinger noch. Gut. Dann gucken wir mal. Ja? Wunderbar. Dann kann ich jetzt endlich... Warum fehlt mir Stein? Dann geht's mal über die Steinmine. Deswegen fehlt mir Stein. Warum auch immer. Ja? Oh, hoppla. Aha. Ist aber alles noch im Bereich des Möglichen. War das mir grad trotzdem zu gefährlich, deswegen... Äh, tausche ich jetzt mal... Eisen gegen Gold... Nee, gegen Stein, komischerweise. Und nochmal, und nochmal. Und bauen wir dann den Titanen schon. Oh, dann macht's andersrum. Machen wir's so. Haben Helden angegriffen, ja gut. Das müsst ihr jetzt eigentlich auch ohne Helden schaffen. Das heißt... Ich gucke mal, ob ich was umwandeln kann noch. Ich glaube, ich geh dann hier rein. Oder hier rein. Gut. Gut. Ja, dann. Mach halt. Legt eure Waffen wieder. Legt eure Waffen, Helanos. Naja. Doch nicht so. Aber ich doch... Gefolge. Angegebäude. Ja, mei. Dann... Deswegen ist es eine Steinbiene. Puh. Okay, und dann natürlich Drachen, ne? Was? Das ist nochmal nicht so weit. Mhm. Ja, dann warten wir auf den Titanen, würde ich sagen. Gut. Gut. Oh Gott. Ne, lieber nicht, dass der Held... Händler ist der. Eure Truppen werden angegriffen. Aha, aha, aha. Licht eure Waffen, Murus, Helconda. Eure Gebäude werden angegriffen. Vorwärts. Die Runen künden von einem großen Sieg. Vorwärts. Ja gut, dann, ähm... Hilfe. Hier hoch. Oder was auch immer. Das sind blauen. Die können ich auch mal angreifen. Ich weiß, was zum Spaß ist. Mir fehlt irgendwie extrem viel... Da. Manna. Ich brauche mehr Manna. Ihr könnt euch mal ein bisschen... Ach, ich habe jetzt die Runenpriester. Das heißt, ich kann mir ja wieder Verstärkung herbeizaubern. Ja, das macht jetzt nicht so viel. So, geht's mal dahin, Runenpriester. Mal auf die blauen. Die sind eh gerade im Clinch. Gut. Ja, dann macht's gut hin. Oh, das muss... Mit eins, zwei, drei. Beiß ihnen die Ohren ab. Beiß ihnen die Ohren ab, genau. Gute Idee. Eure Truppen werden angegriffen. Ja, dann gehe ich mal mit dem Held da auch rein und, äh... Schau, wo ist die Umwand noch an. Von einem großen Sieg. Haha, 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 haha. Gar nicht so einfach. So, vielleicht. Hm, schaut ganz gut aus. Nicht angreifen, nicht angreifen. Ich hab gesagt, nicht angreifen. Ei, ei, ei. Warum hört keiner auf mich? Und so, jetzt halt gleich geschafft. Gut. Erstmal können wir auch noch rein. Mhm. Zap, zap, zap. Kriege ich vielleicht schon die Tür mal kaputt. Ist das denn schon möglich? Ja, das ist ja knapp. Lieber nicht. Lieber nicht. Hier oben. Okay. Na, da haben wir auch nicht. Also überall... Alles voll. Alles voll gemüllt mit ihren Gebäuden. Ja, ja, ja. Da auch noch was. Bisschen Sackgasse? Nee, Gott sei Dank. Ja, aber dann gehe ich mal hier rein. Und... Guckt da mal. Ohne Eile, ne? Die haben auch kein Schiff drauf. Einer hier bitte. Gut, gut, gut. Ja, der Wahnsinn. Hier hoch. Zap, 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 zap. Alles kaputt. Das gibt's ja nicht. Hilfe! Zu viele Gegner. Turin Helanos. Jetzt kommt der komische Dings. Der Würm noch. Der Diebel doch nicht. Macht's doch mal kaputt hier. Und schaut's bei euch so aus. Habt ihr wieder... Ihr habt ja wieder was. Das heißt... Eure Truppen werden angegriffen. Ja, mein. Geh hoch. Die Ruhnen könnten von einem großen Sieg... Da heilt sich wieder grad der Turm. Ja, voll. Ja, Wollingen. So, jetzt müsste ich's einigermaßen haben. Den Rest wandle ich wieder um. Natürlich nicht. So, vielleicht. Au, wie viel Reichweite ist der verwehrs? So, jetzt aber. Das müsste ich sicher sein. Nur gut. Wunderbar. Schaff ich den. Ich hoffe. Muss der nicht schon. Ja, ich hab ja noch... Ich hab ja noch Unterstützung. Ist ja kein Problem. Eine Basis. Wie schaut das aus? Ah, das ist zu viel. Haben alle... Jawohl. Ich schaff das schon. Ich schaff das schon. Wenn ich grad da oben bin. Gut. Dann bitte rein. Gut, dann sind die Blauen sozusagen down. Und das schaffe ich schon irgendwie, ja. Das müsste ich schon schaffen. Gut, gut, gut. Wir gehen mal hier rein und wandeln alles um. Und dann haben wir's geschafft. Und dann haben wir's geschafft. Schön. Dann sind die Blauen tot. Oder... Linken dann aufgeben. Gott sei Dank. Jetzt ist die... Äh. Na. Irgendwas in Amerika wollte ich sagen, aber. Der wird's halt nicht gezündet. Tut mir leid. Wollen wir uns dazu konzentrieren. Aha. So, so, so. Und dann hier den oben. Das ist der Wahnsinn. Wenn man sich konzentrieren muss, dann kann man überhaupt nicht... ...konventieren. Unfassbar. Aber es ist so. So. Dann. Die Schwarzen sind auch schon gekriegt. Auch schon auf dem Zahnfleisch. Ja, komm. Was ist denn so spannend? Das heißt, ich muss noch diese komischen Gelben da abschlachten. Und wenn ich das erstmal geschafft hab, dann... ...ist die ganze Sache etwas einfacher. Und dann gibt's mir Feuerschutz. Hervorragend. So, dann gibt's noch mal Feuerschutz. Ah, das wird nix mehr, oder? Ne. Macht nix. Ist gut... Ey. Gut genug. Viel genug kaputt gegangen. Aha. Ist ja wahrscheinlich empfindlich getroffen. Geh mich an. Zapp, 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 zapp. Ah, da ist ein Bronze-Golem. Ja, das macht nichts für. Ist der... ...Titan ist schon scherlich. Ah, ich hatte einen Drachen. Hervorragend. Und der Titan ist auch schon da. Das heißt... Jetzt hab ich gewonnen. Titan und Drache und Held. Das ist zu viel für Gegner. Mal so. Aha, der sagt... Zurzeit... Ah ja. Der sagt zurzeit zu viel doppelt, der Held. Aber das liegt wohl daran, dass einfach zu viel los ist auf der Karte. Ja. Geh hoch, bitte. Zum Möglichsten rasch. Ah, das macht nicht so viel. Ich hab ja noch eine Verteidigungsarmee. Hoffe ich. Und wenn nicht, dann ist mir auch wurscht. Weil hiermit sollte ich eigentlich alles abschlachten können. Jo, dann geht's mal hier rein. Dann, 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 dann. Ich hab dann eine Karte mit... ...ä... ...mit entschlossenem Widerstand geschafft. Das freut mich natürlich. Aber... ...noch ist nichts vorbei. Aber es scheint sehr gut zu sein. Aussichten sind sehr rosig. ...in Elanos. ...teure Gebäude werden angegriffen. Aha. Schön. So, schnell, ganz gehen. Gut, gut, gut. Die Hand greift gleich an. Aha. Und hier. Wunderbar. Dann fehlen noch die Schwarzen. Das heißt, runter zum Schwarzen Lager. Und der Rest kann dann schon mal hier irgendwie... ...wild rumlaufen. Platz für ein Zwerg ist immer. Und ah ja, da oben noch hier die Thronen. Magie-Konstitution. Vergiss es. Was sind denn so schlecht die Gegenstände? Da, Wahnsinn. Was gibt's hier noch Schönes? Glück und Heldentum. Ja, Glück und Heldentum. Mann, das ist ein Start mit Handen 1. Ihr wollt mich wohl veräbeln. So, wir machen fertig, Drache. Was gibt's hier noch? Konstitution 1. Vergiss es doch. Braucht doch keiner. Ja, das ist nichts Neues. Höh. Da haben sie noch was. Hoppla. Da haben sie nichts mehr. Ja, gut, dann teilen wir es mal auf. Dann geht mit meinem Hauptarmie hier und der Titan einfach rüber. Wo ist denn der? König Khaled. Der kann... Ah, das ist irgendwie der einzige Titan, der saufen kann. Juhu. Ein saufender Titan. So was mach ich doch. Eure Gebäude werden angekündigt. Ja, da arbeite ich auch dran. Eure Held wird angekündigt. Äh, ja. Moment. Wo ist denn der Titan? Titan! Angriff. Hallo? Nur der Titan, bitte. Oh, das ist nicht der Assistine, Gott sei Dank. Eure Futter werden angegriffen. Oh, dann mach mal hin. Möglichst schnell. Damit bist du nicht auch schon Katzenfutter. Kriegt der eigentlich einen Dingsbonus? Einen Heldenbonus? Ich glaube nicht, ne. Schade. Also ein Führerschaftsbonus. Eure Gebäude werden angegriffen. Hoppla. Die haben einen Titan gebraten. Hätt das kann man erwartet. Scheiße. Dann kann das auch noch spannend werden. Wenn die jetzt ihren Titan erstellen, dann wird's nochmal spannend. Höh. Na, erstmal mach ich die Schwarzen. Kaputt. Die regen mich auch schon langsam auf. Aber interessant zu wissen. Ja, dann mach's mit hier bitte. Fangt sie mal da unten ab. Und wie macht man denn die restlichen Gebäude noch kaputt? So. Am Masterwall. Gut. Habt ihr es geschafft? Ja, wunderbar. Brav. Aha. Und hier unten noch. Und der Drache. Guck dir mal. Da ist noch was. Ja, dann geh auch mal da rüber. Das ist der Wutmeister, okay. Das ist hervorragend. Die Drache ist süß. Und der Drache verschiebt. Ein Held, naja. Gut. Boah. Ja, neben so. Was gibt's noch? Ja, mach doch mal kaputt hier. Gibt's doch nicht. Unser Besitz, ja. Gut. Wo ist denn der schwarze Held? Wer hat Angst vorm schwarzen Held? Ja, geht er war flach. Tut mir leid. Aber jetzt kann ich wieder ein bisschen mehr nachdenken. Jetzt soll es eigentlich einigermaßen machbar sein. Ja. Eure Gebäude werden angegriffen. Ja, juhu, noch ein Drache. Sehr geil. Da oben. Wer ist denn da oben? Euer Held wird angegriffen. Das ist meiner? Ich hoffe, ja. Eure Gruppen werden angegriffen. Gut. Ihr habt zu viele Männer. Man kann nicht zu viele Männer haben. Ach, die lila Farnen gibt's auch noch. Nein, Gronkh ist da. Hilfe. Alle Mann auf Gronkh. Was ist denn der für Rüstungswerte? Na, wir kriegen ja mal die Besten. Ach, wir kriegen sie sich gegenseitig. Hm, freut Herr Loft. Das ist natürlich geil. Von wo denn? Also nicht lächerlich. Na gut. Hier oben. Dann saufst du auch mal. So. Gut. Sehr gut. Der Schwarz hat aufgegeben. Und wenn ich mich jetzt hier strategisch gut hinstelle und alles umwandle, dann ist die Sache gelaufen. Dum, dum, dum. Na gut. Das habt ihr quasi... Oh Gott! Übertreibt's halt. Äh, ja. Lassen wir dann, glaube ich, unsere Belagungseinheiten machen. Vorwärts ist bei dir noch Platz für einen... Gut, jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Held, ne? Ein Held fehlt noch. Und die lilafarbenen... Oder haben die gerade aufgegeben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hatte doch Alzheimer. Ich kann mir sowas nicht merken. Ihr saufst, hört da auch noch? Gut, gut, gut. Hervorragend. Okay, haut ja ganz schön rein. Die haben ja dreifache Schaden... in die zweifachen Schaden gegen Gebäude. Gut! Na, gehen wir hier noch hin. Wunderbar. Das ist ja besser als geplant. So, wunderbar. Ja, aufgegeben. Was ist das denn? Kurische Lichteffekte. Dann fehlt also nur noch der Liederfarbene. Der sich gleich hier unten befindet. Also wahrscheinlich hier, ne? Also, Mauszeiger. Beachten, bitte. Ja, man kann nicht zu viele Männer haben. Das ist doch nicht möglich. Jo, dann gehen wir da lustig rein. Gut, gehen wir mal, ob wir irgendwas hinkriegen. Naja, na, generell hier. Kein Problem. So, und das also dann der... Gut. Das ist das Lager von den Gegnern. Macht es. Ja, jetzt haben die noch im letzten Augenblick ihren Titan herbeigerufen, oder was? Ich glaub's ja nicht. Ja, macht trotzdem nix. Das schafft ihr schon. Oder der kommt hierhin. Das ist natürlich schlecht, wenn der Titan dann hierhin kommt. Ah, das schafft er schon. Ja, hervorragend. Ah, und den noch kaputt. Stein ist bei den Luftnitzwerken wichtig, weil da werden die Golems erstellt. Glück und Händen tun entgegen. Du Riech, der Lager. Ja, dann saufen sie auf nochmal. Die beiden Zwerge. So. Eure Taten erwarten uns. Jo. Und dann begehen wir mal mit der systematischen Umwandlung des Lagers. Wo ist der Titan da unten? Ja, der kann sich ruhig mit seiner eigenen Beutelung fragen. Aha, jetzt bräuchte ich noch irgendeine Stelle, wo ich da nicht grad getroffen werde. Ah ja, hervorragend. So. Hallo, da unten. Ihr müsst schon auf mich hören. Mhm. Gut. Ah ja. Passt schon. Gut, gut, gut. Wunderbar. Dann müsste ich das geschafft haben, die Karte. Weil der Titan macht jetzt nicht viel Schaden. Der wird wahrscheinlich nicht hier überleben, wenn ich die ganze Zeit mit meinen Schamanen da aufgehe. Oder mit meinen Runenpriestern, so heißen sie ja. Gut. Da ist der Titan. Angriff. Und? Ja, schaut gar nicht so gut aus. Doch, schaut gut aus. Wunderbar. Das war das. Der Titan. Ja, gut. So, du kannst rufen, was du willst. Das hilft dir jetzt auch nichts mehr. Gut. Also nicht gut. Also meine Truppen angegriffen werden natürlich nicht, aber trotzdem. Trotzdem schaffe ich das jetzt locker. Locker flogge ich. So, schön. Dann habe ich eine extrem schwere Karte abgeschlossen. Das folgt mich. Dann merkt man erstmal, wie viel das Volk einen Einfluss hat. Also Elfen kann ich einfach nicht spielen. Die sind komisch. Zwerge sind einfach so imber. Eure Tugeln werden angegriffen. Gerne haben. Ja, die zwei Tümer. Und dann noch irgendwelche verspreckten Sachen. Dann gehe ich schon mal auf Wild hier. Euer Held wird angegriffen. Und dann haben sie Hauptgebäude verloren. Und die großteilen ihre Minen. Besauft euch und, äh, auf geht's. Zack, zack, zack. Ja, und dann hier diesmal noch, ne? Glück und Heldentum. Ja, mei. Das wird ja kein Problem sein. Eine Basis. Ich glaube nicht. So, ich kann mal runtergehen. Jo, schön. Da oben noch. Dann scheint das doch gemacht zu sein. Wunderbar. Kannst du ganz umwandeln? Wenn du schon mal dabei bist. Meine Truppen. Oh, das ist mein Drache, hoffe ich, ja. Oh, schön, ja. Ich wusste es, ich hatte. Hervorragend. Zack, zack, zack. Ja, dann wandeln wir um, ne? Geht schneller als zerstören. Kriegt aber keine Erfahrungspunkte, naja. So, jetzt könnt ihr aufgeben. Doch, machen sie eh schon. Ha, ha, ha. Hin und her. Ja. Heiß ich doch. Und ihr so? Die gehen mal wirklich wohl noch finden. Die noch kaputt. Was gibt's denn noch da oben? Da oben. Geh mal da oben hin, bitte. Und du so. Aber auch den kaputt. Ja, mei. Auf. Das Aufrufswerk. Ja, wunderbar. Das muss, ja, geil. Juhu, ich hab's geschafft. Gegen, äh, 1, 2, 3, 4 Gegner, ne? Gegen 4 Gegner auf entschlossenen Widerstand. Das ist doch hervorragend. Dafür könnt ihr nicht zu viel kommentieren tun, aber sorry. Aber ich muss mich grad nicht konzentrieren. Danke, Frau. Dann können wir gleich mal schauen, was wir für einen schönen Bonus bekommen haben. Nämlich. Also die Stufe sogar noch. Ah, ich freu mich grad. Äh. Ja. Neun kosten jetzt schon. Was können wir denn noch Schönes machen? Umfassende Heilung. Heilt sämtliche Verletzungen und Alleinheiten. Aber das ist ja mit Gruppe heilen und Giftkrankheit heilen quasi. Dann deckt sich hier wieder auf. Vielleicht ne Gegner-Artefakt. Ähm. Ähm. Ja. Ne. Mach mal hier mal voll hier. Nämlich. Mal die ganzen 3 Eigenschaften. 16. Obwohl 16 ist 4 mal 4. Das heißt, mach 4 Eigenschaften. 1. 2. 3. Äh. Vielleicht noch Magie, ne? Ja. Schaut ganz gut zu sein. Händler, Umwandlung, Training, Magie. Klingt super. Auf geht's. Und, meine. Befehlstab ist leider ziemlich ausradiert worden. Das sind 16 noch. Gut. Nehm ich noch nicht mehr mit. Und mein Friedhof. Da kommen irgendwie nicht mehr. Da kommen nur die Besten, glaub ich. Oder? War das so? Oder? Der heißt Katana. Süß. Ach. Weiter geht's. Was hat mir denn das Schönste erobert? Hab da einen Söldner Hexer? Nehm ich. Natürlich. Äh. Katzt du. Erhöht der EP. Natürlich. Hier grad auf EP. Das heißt, ja. Wir könnten vielleicht nochmal auf die EP gehen, ne? Ja. Sollen wir die Koppelnberger nochmal versuchen. Wieder entschlossener Widerstand. Aber wenn man da ein gescheites Volk hat, dann passt sie schon. Wir versuchen die Goblin... Oder Fernkampf... Ne. Wir versuchen die Goblinberger nochmal. Die gehen ja voll auf EP. Und zwar mit den Menschen. Und entschlossener Widerstand. Warum nicht? Machen wir es so. Die Goblinberger habe ich hier schon mal vorgelesen. Deswegen wissen wir das. Da kommt es so im Streifen. Jo. Mal wieder mit dem Menschen. Einfach so. Weil ich grad Lust drauf hab. Und natürlich... Und natürlich... Äh... Zehn zusätzliche Punkte. Und... Jo. Was nehmen wir denn da? Die beiden vielleicht. Und die beiden. Und den Rest... Achso. Reicht. Na ja, passt schon. Ich kann dem Hexe eh Zombies beschweren. Von daher... Will das schon klappen. Na gut. Dann würde ich sagen... Sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn wir die Goblinberger nochmal erobern. Und da sind schon drei Goblins. Die machen wir auch schnell. Na gut. Bis dann. Servus und ciao.